Hi, ich bin Marc von WingsCoin, dem digitalen Tool, um effizient Zimmerreinigung in Hotels abzubestellen. In den nächsten 60 Sekunden werde ich Ihnen zeigen, wie auch Sie in Ihrem Hotel ein System etablieren können, ohne jegliche Start- und Fixkosten, um aktiv Zimmerreinigung einzusparen und dabei die Umwelt zu schonen und das bei voller Gästezufriedenheit. Nachdem die Gäste nach erfolgreicher Anreise im Hotel angekommen sind, können Sie ganz entspannt eine Rezeption einchecken. Hier haben Sie auch direkt die Möglichkeit, Ihre Zimmerreinigung für den Folgetag abzubestellen oder erstmal in aller Ruhe auf dem Zimmer ankommen. Dort befindet sich ein schöner, dezenter Aufsteller, den es in verschiedenen Designs und Ausführungen gibt. Die Hotelgäste haben nun die Möglichkeit, den QR-Code zu scannen und sich mit einem Klick von der Zimmerreinigung für den Folgetag abzumelden. Das Hotel gibt für jede abgestellte Zimmerreinigung einen Umweltbeitrag an unsere gemeinnützige Hilfsorganisation Project Wings, mit der wir aktuell das größte Recyclingdorf der Welt bauen und uns aktiv für Umweltbildung in Deutschland einsetzen. Nachdem der QR-Code gescannt worden ist, erhält der Gast unmittelbar danach einen Gutscheincode auf sein Handy, zum Beispiel für ein Freigetränk. Dieser kann nun selbstständig und total unkompliziert an der Hotelbar eingelöst werden, ohne große Excel-Listen oder Papiergutscheine oder Plastikchips. Sowohl die Gäste als auch das Hotel können jederzeit mitverfolgen, wie viele Ressourcen durch den Wings Coin bereits eingespart wurden. Allein in den letzten zwölf Monaten konnten wir vier verschiedene Preise gewinnen für die Idee und die technische Umsetzung von Wings Coin. Unter anderem den Tourismuspreis Rheinland-Pfalz und den Gastro Innovation Award auf der HOGA. Wenn auch Sie mit Ihrem Hotel die Umwelt schützen wollen und Teil des Wings Coins sein wollen, tragen Sie sich unter folgendem Link für ein unverbindliches Beratungsgespräch ein. Ich freue mich auf Ihre Kontaktanfrage.